Die ganze Zeit kommt zu einem neuen Video. Es tut mir noch mal leid, dass ich lange keine Videos mehr hochgeladen habe. Eine Woche oder so habe ich keine Videos hochgeladen. Sorry. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich hört oder nicht, ob es raschelt. Es tut mir jetzt schon leid, dass es vielleicht raschelt. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe dieses Ride Pferd. Ich finde das so nice. Und es tut mir leid, wenn man mich nicht hört. Man hört mich manchmal ganz schlecht in meinen Videos. Das tut mir richtig leid. Ich habe immer noch zwei Abonnenten. Es wäre sehr nett, wenn ihr mich abonnieren würdet. Liked dieses Video und aktiviert die Glocke. Ja, also bitte abonnieren. Und ich mache bald eine Verlosung. Also wenn ihr... Also dann verlose ich... Ich habe mein Fahrzeug dafür getradet und so. Also ich verlose... Lass mal gucken, was könnte ich verlosen. Dann verlose ich... Soll ich was... Okay. Ich hätte gesagt... Ich verlose jetzt heute einfach mal... Diesen Kinderwagen. Was ihr dafür tun müsst, ist... Ihr müsst meinen Kanal abonnieren. Ja, und dieses Video liken. Und euren Roblox-Namen in die Kommentare schreiben. Ja, also schreibt euren Roblox-Namen in die Kommentare. Und schreibt... Und schreibt... Ja, ihr könnt... Schreibt einfach euren Roblox-Namen in die Kommentare. Und... Ja. Einfach Roblox-Namen in die Kommentare. Und... Was ihr noch machen müsst, ist... Ihr müsst in die Kommentare schreiben... Hashtag Kinderwagen. Also ja. Einfach Hashtag Kinderwagen. Ähm... Vielleicht mit ein bisschen Glück bekommt ihr das. Also ich weiß, ich habe erst zwei Abonnenten. Und ja... Dieses... Diese Verlosung geht bis nächsten Montag. Also... Ähm... Wäre es nett, wenn ihr mich abonnieren würdet. Also wenn ihr mich abonniert, habt ihr größere Chancen zu gewinnen. Ich weiß, zwei Abonnenten geht schlecht. Aber mit eurer Hilfe kriege ich das hin. Äh... Ja. Also... Ja, also... Also heute wollte ich einfach mal... Mit euch zusammen gucken, was Leute gegen meinen... Ride, ähm... Horse trainen würden. Ähm... Ja. Wir gehen jetzt erstmal zu den Geschenken. So. Und ja. Wie schon gesagt... Ich habe es euch ja schon gesagt. Wir machen eine Verlosung. Ähm... Ja. Oh geil. Der hat einen... Ich traine ihn mal an. Warte. Warte. Also... Bei der Lobby sind ganz wenige Leute. So. Ich traide er jetzt mal an. Äh... Gut. Nehmt er das an? Egal. Ich mache noch mehrere. Oh. Okay. Er hat angenommen. Oh mein Gott. Leute. Okay. Macht er das? Leute. Ich glaube nicht, dass ich... Ja. Okay. Aber ich hätte es eh nicht gemacht. Aber okay. Oh ne. Der habe ich ja schon. So. Ich werde gleich die Lobby wechseln. Ähm... Ja. Ich werde gleich die Lobby wieder wechseln. Wir gehen noch kurz in die Schule. Ich werde ihn selber gleich wechseln. So. gegen einen Dingo. Nix. Ja. For free gebe ich sie nicht. Sorry. Äh... Gut. Ähm... Ja. Und wenn ihr mich mal in Roblox treffen wollt, gibt einfach, ich zeige es euch später noch meinen Namen ein, bei dieser Freundesuche. Ich zeige es euch später aber noch. Dann müsst ihr einfach, ähm... Ja. Ich heiße Lissi-Löv. H-R-T. Äh... Komisch. Ich weiß. Aber egal. Ähm. Müsst ihr einfach in diese Freundesuche eingeben. Und dann komme ich. Ich... Oh. Scheiße. Slacks. Egal. Ich werde versuchen, eure Anfragen anzunehmen. Dann könnt ihr mit den Roblox spielen in Adopt Me. Ja. Also. Nur wenn ihr Bock habt. Und ja. Nicht die Verlosung vergessen. Und ja. Also wenn ihr mich abonniert, dann habt ihr höhere Chancen. Und ja. Einfach einen Kommentar schreiben. Mit, ähm... H-T. Kinderwagen. Und euren Roblox-Namen. Und wir warten jetzt noch, bis es die Schule fertig gemacht hat. So. Jetzt. Wartet mal. Ich wollte ja traden. So. Warte. Wo ist das? Da. So. Trade. Warten. Trade. Okay. Ähm. Ich glaube, wir müssen den Server wechseln. So. Ja. Ich hätte gesagt, ähm... Sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Server gewechselt habe. Ich bin jetzt in einem anderen Server. Und ja. Dann gehen wir wieder zu den Geschenken. Mh. 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 Ja. Wir gehen zu den Geschenken. Und ja. So. Gucken mal, ob da mehr Leute sind. Ja, ein bisschen mehr Leute sind hier. Ähm. Ja. Ja. Ich trade sie einfach mal an. Dann trade ich noch. Ähm. Sie an. So. Was gibt sie mir gegen sowas? Gegen sowas? Okay. Ich hätte die King Bee eh nicht angenommen. Obwohl sie ja sagenhaft ist. Äh. Ah. Ich kann nicht lenken. Äh. Okay. Slack. Ich nehme dann. Das macht sie eh nicht. Ich wette, dass sie das nicht machen wird. Niemals im Leben wird sie das hergeben. Das wette ich jetzt schon. Die wird das nicht machen. Nein. Das macht sie nicht, oder? Nein. Die dehnt ab. 100 pro. Aber eigentlich finde ich mein Unicorn schon süß genug. Was? Die hätte es sogar gemacht. Ja gut. Und wenn sie das haben möchte, dann würde ich die Sachen raus und machen. Und das da? Würde sie das dann annehmen? Oh mein Gott. Weil der kostet Robux. Aber das kostet auch Robux. Aber ich wäre überglücklich, wenn sie das, wenn er das machen würde. Okay. Dann macht wahrscheinlich dann der, den, ähm, Ding weg. Ja. Ja. Nein. Dann lehne ich ab, weil, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Also, ich schulde einfach noch ein paar Leute an. Und ja. So. Gegen sowas. Und das zeigt es gerade nicht an. Aber egal. Äh. Ein Dingo. Das habe ich auch. Oh ne. Das ist ja gar keine. Uh. Das ist ein Shiba Inu. Ähm. Den da habe ich leider auch. Und das, da habe ich leider auch. Also lehne ich das ab. So. Ähm. Das habe ich, das, ähm, Pferd habe ich aus einem Ding bekommen. Wie heißt es? Aus einem, ähm, Trade. Ja. Genau. Ja. Äh, nein. Das werde ich ganz bestimmt nicht machen. Weil, ja, die Biene ist schon besonders, aber nee. Weil das kostet auch Robux. Und ja. Ich will gucken, ob, ja, er hat das sogar angenommen. Nein, das mache ich nicht. Ja. Ja, dieser Server ist halt auch nicht so gut, ne? Also. Okay, wir traden noch die da an. Die haben wir noch nicht angetradet. Äh. Es gibt die gegen so einen. Gar nichts. For free, ne? Äh. Pff. Pff. Dafür könnte ich ja, ich tue den gleich weg tun. Ähm. So machen. Und dann könnte ich es so machen. Äh. Sorry. So. Okay, sie hat es abgelehnt. Aber das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Also, auch so nicht. Also, ja. Wir gehen noch schnell zum Spielplatz. Wartet. Wir gehen noch kurz zum Spielplatz. Und ja. So. Wir sind beim Spielplatz. Und ja. Wisst ihr. Wisst ihr, Leute. Ich bin so dumm. Ich weiß nicht mal, wie man hier drauf schaukelt. Bei mir geht das nicht. Oder doch? Hä? Ich check's nicht. Sorry, dass ich zu dumm bin, das zu machen. Aber egal. Irgendwie weiß ich nicht, wie man die Dinger hier macht. Und wie macht man das? Naja, egal. Ich bin halt zu dumm. Okay. Die Langeweile ist bald rum. Äh, ja. Äh. Wir müssen noch ein bisschen warten. Da bekommen wir ein bisschen Geld. Und ja. Ich muss so mein Auto hergeben. Jetzt hab ich gar nichts mehr. Wir öffnen das große Geschenk gleich. Wenn ihr wollt. Ähm. Aber bevor wir das machen. Ähm. 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 Kaufen wir uns noch ein Geschenk. Weil, ja. Wir kaufen uns einfach noch ein... Sollen wir uns ein großes Geschenk noch kaufen? Ja, komm. Wir kaufen uns einfach noch mal so ein Geschenk. Und jetzt haben wir zwei. Äh. Ja. Ähm. Machen wir mal eins auf. Mal gucken. Was kriegen wir? Und ganz. Okay. Das ist jetzt nicht so gut. Wir machen noch das zweite auf. Sorry. Das war mir immer benachteiligt. Ja, Leute. Das ist halt nicht so gut. Naja. Aber ich hatte gesagt, wir sehen uns gleich wieder in meinem Haus. Wir sind jetzt in unserem Haus. Und ja. Äh. Genau. Ich wollte nur kurz hier in unserem Haus kurz. Ähm. Wartet. Dafür muss ich kurz hoch. Oh Gott. Ich hab die Lenkung. Oh, da ist jemand in meinem Haus. Geil. Die schreibe ich an. Äh. Gut. Was würde sie mir gegen Wester geben? Aber sowas hab ich halt schon. Das ist sehr wertlos. Sorry. Wegen meiner Stimme. Nein. Das mach ich nicht. So. Jetzt wartet mal. Wo ist das nochmal? Da. Genau. Äh. Wartet. Kurz. Ähm. Wartet. Ich brauch. Noch ein bisschen Geld wieder. So. Ja. Ich brauch ein bisschen Geld. Geld. Jetzt haben wir wieder 1464. Ja. Ähm. Genau. Ich hab mir eine Handelsanfrage geschickt. Was gibt's mir? Äh. For free. Nein. Das bekommst du nicht for free. Ich hab sowas auch. Also. Also. Ja. Ich hab sogar mehrere davon. Ups. Sogar so viele. Also. Nee. Sorry. Den Ball hab ich leider auch. Also. Nee. Sorry. Das mach ich nicht. Ähm. Jetzt hat meine Unicorn Hunger. Ähm. Ja. Wartet. Oh. Jetzt hab ich's aus zum Trinken. Das ist halt doof. Jetzt muss ich gleich noch schlafen. Ähm. Ja. Nein. Das lehn ich diesmal ab. So. Und jetzt warten wir noch bis es fertig geschlafen hat. Und ich muss schon mal bei Anstellung meine Trades ausmachen. Äh. Gut. Ich hab meine Trades ausgemacht. Und ja. Wir warten bis es fertig geschlafen hat. Und ja. Fertig geschlafen. Gut. Ähm. Reiten wieder auf unserem schönen Pad. Und ja. Ähm. Ja. Wisst ihr. Ich hab noch. Oh. Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Ich hab das da bekommen von meiner Belohnung. Aber so dasselbe ist. Es ist fast dasselbe wie das da hier. Also. Ja. Äh. Genau. Ähm. Ähm. Ja. Ich glaub wir gehen wieder zu den Geschenken. War das. Wir wollen ja weiter die Trades angucken. Ähm. Ja. Genau. Ähm. Ähm. Und ja. Dann traden wir einfach mal die Kleine an. Oh. Nein. Das da an. So. Oh mein Gott. Das ist nice. Weiß ich was ich dagegen geben kann. Sowas. Und sowas. Okay. Ich hab's jetzt abgelehnt. Ich hab's jetzt abgelehnt. Das ist cool. Sowas mag ich. Nein. Du bekommst es nicht fall free. Nein. Wir traden einfach mal die da an. So. Was gibt's mir gegen sowas? Oh mein Gott. Leute. Ich finde so welche. Okay. Und jetzt abgelehnt. War ja klar. So. Dann traden wir noch die da an. Und ja. Mal gucken ob irgendjemand annimmt. Und so. Trade. 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 Äh. Gar nichts. Einfach fall free. Äh. Nein. Das bekommst du nicht fall free. Aber das da bekommst du. Oh nein. Okay. Nein. Okay. Äh. Genau. Tränen wir noch mal den da an. Und so. So. Ähm. Also. Ich glaube das war es mit dem Video. Falls es euch gefallen hat. Ähm. Dann lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Und ja. Ja. Also. Nicht. Nicht die Verlosung vergessen. Ja. Also. Ich hätte gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ihr Lieben. Ja. Tschüssi. Ups. Ja. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.